Hallo, eine schnelle Runde Tops Kick, was ich jetzt in den letzten Tagen nicht wirklich oft angemacht habe. So, ich brauche jetzt nicht so viel Zeit, aber mal einmal schnell reingucken hier in die Box. Hala Gameloy Brosson Loppe. Es gab wohl irgendeine neue Serie. So, schnell ein paar Nutzen einsägen. 7000 Crafting-Resultate. Nicht neu. Pasta in Bronze ist neu. Hahn in Silber ist auch neu. Okay. Arcade. 5.000 Münzen, nicht schlecht. Großer Preis. Nochmal Geld. 5.000 Münzen nochmal oben drauf. 5.000 Münzen. Ivanov, der auch neu ist. Das ist gut. Da haben wir jetzt schon 132 von 140. Was gibt es denn alles Neues? Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gespielt habe. Kann schon 4-5 Tage her sein. MLS Relics. Jan Gregos. MLS Tops Week 7. Realicitor. Fastest Players in the League. Champions, Finals, Players, Blablabla. Wir haben relativ viel Geld. Ich habe aber relativ wenig Zeit. Deswegen gucke ich nur mal, ob hier Aktionen ablaufen. Ja, da laufen einige ab. Die schnappen wir uns dann nochmal. Hier UCL Museum läuft ab in knapp 5 Stunden. Kaufen wir mal noch schnell 2 von. Ravenberg. Dias. Suso. Dann schnell noch 1. Bundesliga-Stadion läuft ab. Bundesliga-Stadion läuft ab. In ein paar Stunden. Kaufen wir auch mal noch 2 von. Meierhofer. Thomas Müller. Und Kainz. Und eine gute Karte. Bauer. Ben Sebeini. Christian Günther. Ben Sebeini in einer anderen Variante nochmal. In der Standard-Variante. Kau nochmal. Nicht schlecht. Bundesliga-Line-Runner. Da habe ich noch gar nichts von. Das läuft aber gleich schon wieder ab. Oder hatte ich da schon was von gekauft. Kaufen wir mal. Auch noch schnell 2. Oren Müller in Gold. 1. Babu. Baku. Baku. Günther. Günther. Günther und Günther. Günther und Dekali. Auch eine spezielle Runners-Karte war nicht dabei. MLS-Ink läuft bald aus. Kaufen wir mal noch eins von 3000. Ne. Ist ausverkauft. Bullshit. Komm. Dann kaufen wir noch von den Runners mal noch 2. Und dann ist auch gut für heute. Ich muss schnell machen. Zoller. Frimpong. Neuhaus. Anton. Runners-Karte war nicht dabei. Aber einiges Neues. Und da kaufen wir noch eins. Trimmel. Boree. Flecken. Trimmel. Hector. Es flüht auf. Langsam. So. Dann. Haben wir noch eine Mission erfüllt. 2500 Münzen. Dann mal schnell craften. Und dann war es das auch für hier und heute. Jo. Machen wir so. In dem Sinne. Tschüss.